ernsthaft die sirene läutet ein hallo leute alter was ist denn das hier wuuu hallo aua oh manno es geht schon wieder so los wie es eigentlich nicht gedacht hast du überhaupt schon angefangen oder willst du ja 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 ich habe schon angefangen so ja was machen wir heute geld verdienen irgendwie ja und tot ja wir beruhigen uns jetzt erstmal alle hier und dann geht es weiter müssen uns alle können wir uns überlegen ob wir vielleicht tiny racers machen wollen oder ein bisschen den pier besuchen wollen oder what ever tiny racers würde ganz lustig ja kann ich gleich starten wenn wir wollen warte mal kurz heillose hellenboote da macht ihr gar nichts hauptsache bisschen schwarz so ich habe zwei sterne äh wiedersehen von mir wollen sie nichts selbst selbst wenn sie was von mir wollten die können mich mal clubbike fdw klaus so ja mach ich auf einladung ja ich starte sofort man weiß wo das war zwei drei 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 ach du bist das auf zum president ich sterbe gleich aber was denn hier los so ich bin jetzt gleich in der lobby was schießen sie da auf zivilisten das ist mit den naja da hat mich irgend so ein mongo zusammengefahren und mongo ist keine frucht und die rennen jetzt den zivilisten dahinter der ollen und jetzt haben sie sie abgeknallt und jetzt bestimmt geld fallen lassen können wir das jetzt mal testen wenn jetzt 10.000 auf mich setzt du mich gewinnen lasst ob das funktioniert schlechter versuch naja du musst du zum testen kann ich auch selbst auf mich setzen der shadow kann ja nur einen kleinen betrag auf sich setzen ich kann man nicht ich kann nicht werden hier kann ich auch nicht ich glaube nicht ach das geht wahrscheinlich in der geschlossenen wenn nur wir spielen schade ok wieso zum hölle habe ich rosa an weil das zu deinem bling bling passt den schicken ausstecken jetzt ab ja ich fühle den hass schon wieder ich auch tschüss ihr beaches wer holt sich da windschatten ich muss mein handy mal anders hin tun voll getroffen ich wusste nicht mal wenn man wieder raketen schießt rechte maustaste controller links links was das oben ob es ist ich möchte ein bisschen krasser ich nein 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 das machen ein schönes und raketen Jo, das war's. Abort. Hatte ich die Bombe erwischt oder die Zeit? Die Zeit. Die Zeit des Lebens. Warte, man vergeht es. Ja. Passiert was oder eher nicht? Schaut gerade eher nicht so aus. Pulsiert irgendwie, ne? Hm. Ah, jetzt sein. Das Spiel wieder versucht, ne? Und es klappt auch noch. Okay, tschüss. Hatte tschüss. Hauauau. Hämbrrrr. Hä? War das keine Mine? Verdammt. Ne, die hab ich gesammelt. Hä? Du warst doch hinter mir. Ja, dachte ich auch. Bye, bye. Jawohl, da fliegt er tief. Ach ja. Oh, dein Helm hat aber auch ganz schön was mitbekommen. Ja, doch, so ein bisschen. Eventuell. Gleich. Stopp. Einfach weitergeben, den Impuls. Ah, du Arsch! Scheiße. Du Arsch! Nein! Ah, dein Motherfucker! Das ist einfach zu gut. Punkte für die beste Pose gegen die Leitplanke. Ja, die man nicht gesehen hat, weil man nur die Leitplanke gesehen hat. Und heute für sie im Fokus die Leitplanke. Leitende Planke. Wow, was war denn jetzt? Ich hab nicht so geklappt. Also das tue ich jetzt unter dem Punkt Leck ab. Weil du standst urplötzlich vor mir. Ich hab gebremst. Ne, also du warst erst so schräg links hinter mir. Und von einer Sekunde auf der nächste warst du direkt vor mir. Ja, und ich war bei mir die ganze Zeit vor dir. Und dann hab ich gebremst und du bist mir schön reingefahren. Und dann hat sich halt gedreht. Und im nächsten Moment war ich hier das Tron-Mobil. Achso. Oh, oh. Passiert hier. Ah. Und der kriegt schon wieder. Der hat so Luck, ey. Das gibt's nicht. Fuck. Ich werde beschossen. Ich werde beschossen. Oh. Ich hab's echt noch reingeschafft. Echt ich dich? Scheiße. Ja, mein Auto hat gerade irgendwie ganz merkwürdige Sachen gemacht. Ah. Warum? Du Arsch. Oh nein. Ganz knapp davor. Tschüss. Oh, ich nur wieder voll die Bremse reingehauen. Das ist mir... Ne, 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 ne. Anker. Ja, ja. Ah, warum ist denn... Warum geht das denn immer noch? Oh, das ist fies. Das gilt ja immer noch. Boah, das war tiefer als gedacht. Boah, echt jetzt? Ja, sorry. Ich komm links, rechts. Alles anders. Boah, 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 boah. Ihr habt Glück gehabt. Oh, jetzt ist es... Mann! Ja, jetzt hab ich's verkackt. Fahr runter, fahr runter! Ich weiß ja nicht wie. Ui! Ach so? Ey, dieses... Ich hoffe, das ist jetzt wieder richtig. Ich hab euch schön einen Bug angebaut. Kein Bock, die ganze Zeit ist immer rückwärts... Ja, jetzt passt es wieder. Boah, voller Rüst, ey. Assi! Ja, voll neid. Schön, neid. Schön zerschnitten. Das Motorrad ist schon echt fies. Du darfst nur nicht irgendwo gegenknallen, dann hast du es nicht. Schön die Straßen sperren und dann darfst du halt nirgendwo gegenknallen, dann geht's. Scheiße Hat das versucht Wenn dann halt beide an einem vorbeifahren Und man dann direkt in Ach verdammt Aus dem Ding rauskommt Was war denn das jetzt? Meine Raketen Ich hatte noch die ganze Zeit meine Bombe Und wollte vor dich Und er hat aber Uns beide mit den Raketen hergestellt Das war schon nicht schlecht Ich fand's schon schlecht Schlechter als ich getroffen habe, richtig Das ist Richtig gut Ach, die schießen wir hier hinten, oder was? Nee, natürlich nicht Oh nein, 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 geh weg Scheiße Ach was Was ist das denn jetzt? Bitte tschüss, bye bye Ah, das war's Weil ich an dieser behinderten Kante dahin geblieben bin Keine Buhn mehr Ah, das Ding hat ja nicht Yes Shit Yes Bitches Huh, da sind Reifenspuren auf der Straße Kann das sein Ich bin noch viel schneller unterwegs als ich Jetzt gibt's doch eine Du klingst, als würde gerade ein Ball auf dich zukommen Aber ich habe noch eine Runde eingestellt aus Versehen Aus Versehen? Nee, ich hab das schon wieder vergessen Sorry Fortfahren, ich drück doch A Ich drück doch A Das ist der sogenannte Ping, der so hoch ist Ja, der ist bei mir auf jeden Fall sehr hoch Huch Was war das denn jetzt? Ich hab fast mein Glas umgestoßen Ui, ui, ui Ui, ui, ui Ich wäre bei mir fatal, weil bei mir der Rechner oben, der ist nicht Der hat Löcher Wasserdicht Ja, der hat Löcher oben drin Der ist nicht ganz dicht, weißt du Was war denn das jetzt? Wieso habe ich selbst nur begangen? Weil du ihn genau dann hochgejagt hast, als er die an dir war Nee, das ist schon vorher Also bei mir sah das so aus Dann tue ich das unter der Kategorie Ping wieder Nee, ich hatte dich zerstört Und dann bist du in der Kurve geradeaus weitergerollt Und dann kam bei mir Selbstmord Ah Scheiße Mann Boah, jetzt rennen wir das Item nicht, ey Gibt's doch gar nicht Boah, ich hab dich aber noch rausgeballert, ey Das war's mir wert Was machst du da? Puppelst du gerade? Ja, voll Och Mann, ey Der Wolf Juringer, ne? Der hätte ruhig mal Bock haben können, Alter Nee 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 Wegschwein Verdammt Verdammt Das gibt's nicht Oh, kein Motherfucker Ah, das ist wieder schön Oh, ja Der ist schon wieder so rosa, ne? Ich kann aber die Farbe auch nicht ändern Ja, die wird halt zugewiesen Das ist ja schlecht Oh, da kommt der von Ende Voll neig düst Warum hat er meine Bombe Alter, warum hältst du noch über mich drüber? Viel zu schnell, der Junge Ich wollte, irgendwie hat er meine Bombe nicht mehr abgeworfen Ich weiß gar nicht, warum Bananenschale Bup Bananenschale Bup Bup Ist dir das Biermixgetränk hochgekommen, oder? Ja Bup Boah, mich hat er auch erwischt Das gibt's doch nicht Shit Alter Das ist so eine Splitterbombe, glaube ich Splitter Oh Splitter Oh Oh Blitterstab Haha, du assi Hol die dir, Sofabong Hol die dir Ich versuch's, aber Ich bin ja viel zu fix unterwegs, der Junge Nein Bin ich doof Nein, bin ich doof Echt jetzt? Ja Nicht gekriegt Und Weg ist er Hui Hui Guts Boah, der gewinnt die zu Null, oder? Die Runde? Nee Quatsch Guck's dir an Gut zum Glück, ja Das war mies Rache Kill Hä, wo ist er denn? Rundensieger Hä Kein Bild von dir? Ich war unter diesem Boost Achso Achso Ja genau Das hat gut geklappt Verdammt nicht aber auch Hat das gut geklappt Merk dir das? Da ist eine Verschwörung gegen mich im Gange Könntest du dich bitte selbst in die Luft sprengen? Gellos, da explodiert grad noch was oder eine Rakete ist grad gestartet? Wieso Impulsweitergabe Ah Oh nein, was mei ich denn? Ach Töte ihn, töte ihn Yes Achja Da hat wohl mehr einen Lauf Einen Lauf haste, ja? Ja, einen Einen Lauf, ja Touché Da hatte der Rhetorikus aber gut weitergeholfen diesmal Oh, du bist ja ein Held, ey Geh doch auf den Shadow Warum? Die scheiß Mopel habe ich aber nicht gesehen Fuck Genau deswegen Genau deswegen So, ich glaube jetzt machen wir dann noch eine Runde Ja, selbstverständlich Oh, können wir dieses andere lustige Dings nochmal spielen? Welches denn? Oder, ja schauen wir mal was zur Auswahl kommt Ne, ich glaube das ist äh Wir machen jetzt noch eine, weil man zwei Siege haben muss glaube ich Achso Aber ich bin mir nicht sicher Wieso schon, heute doch vorher schon zwei Achso Achso Aber es sieht nicht so aus Oh doch Also nochmal Ich drück einfach mal alle Knöpfe Aussteigen Ich muss mir dann nur noch sagen, was dieses lustige ist Was du meinst Boah, wie mies Lustige? Ja, du hast gesagt dieses lustige nochmal Ja, da gibt es ja auch andere Variationen von diesen Deathrays oder was das ist Achso, ja, Arena War könnten wir mal machen Boah, ich fahr natürlich voll rein, ey Oh, dieses pinke Auto, ne, da kriegst du nur Hass, kriegst du da Ey, das Crewfall, ja? Ja, das stimmt schon Alter, nein! Oh nein! Oh nein! Alter, der Spruch ist ja auch mies, ey Das hab ich auch noch nicht gehört Full Metal Jacket, hallo? Ja, ich hab den Film nicht ganz so offen verfolgt Also wenn Sprüche dann dieser Film Echt jetzt, ich war da zwölf Kilometer von weg? Ja, vielleicht nicht weit genug Oh, Assi! Steig aus! Steig aus! Geht nicht Schade Bam! Ach, da geben wir jetzt auch schon Mitleidspunkte, ja? Ja Ey, ich war da wieder! Das gibt's nicht Die hat übelst den Sprengradius, das stimmt schon Bye, Bitch! Wow! Ciao, Bitch! Oh, Alter! Ey, bleib stehen! Bitte! Ne? Ah, sie bekam Ne, kein Bock Aber bist irgendwie weit genug weg Boots! Yes, yo! The Orange Card Clockwork Orange? Mhm Righty, righty, righty Ja, dann müssen wir mal gucken So ein Arena-Job Das wär, ich glaub so ein Crash-Damn-Derby oder so Das wär ganz cool, glaub ich Müssen wir mal gucken Schauen wir dann gleich mal Woow! Oh, ich auch! Scheiß! Hahaha! Ah, damit hätte ich es nicht gerechnet Ja, ich irgendwie schon Ja, ich irgendwie schon Haha! Ich wär mir wie ein Rocket League Haha! Hupfgeteil oder Verderb Hauptsache... Hauptsache alle Haha! Haha! Selbstverständlich! Haha! Aua! Jaaaa! Haha! Haha! Bedanklich beim Sofabong Vorsicht, Motorrad Ach, verdammt Strahlmotorrad Oh, ich hab leider nicht genug Speed gehabt Schon vorbei und läuft noch Ne, ne Ich hätte überholt mich noch Das gibt's doch gar nicht, oder? Doaaah! Das war das Raketen-Auto! Du hast gewonnen! Jaaaa! Ich hab mir noch ne Bombe vor die Füße gelegt Ja, und das war Kiel auch nur noch geholt Beim Landen Jawoll, Air Dancer Auf jeden Fall, ey Wann muss man Gas geben für diesen Su... Na okay, mit dem Pink geht das wahrscheinlich nicht Oh, keine Ahnung, mit dem Pink geht das wahrscheinlich nicht Jag dich doch selber in die Luft! Bastardo! Oh, wie schade! Was hat er denn gemacht? Gestorben ist er Ja Aber Hauptsache ich hab dich ja bestanden Na 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 Hahaha Ja, komm, mach weiter hier Wir wollen Arena War spielen Ich glaub, da war schon ganz schön überzogen Kann das sein? Ne, ne, wir sind erst bei 24 Achso, ja, sehr gut Ja, die geht dir auch folgend, wenn ihr eh mal ein bisschen mehr gehört Oh, jetzt hat er Hass! Jetzt hat er Hass! Aaaaah Aua! Aua! Was machst du damit? Hä? Wie? Ach du Ich dachte schon, wie kann der zwei Raketen da vorne abballern? Der scheiß Cheater Aaaaah! Eine Sekunde! Vielleicht! Laser! Ja genau Jürgen Dieter Woah Dieter Wow, der war nice Oaaaah Aua! Scheiße! Ja genau Meine Absicht ist nicht zu deuten Teile meiner Antwort würden sie von unsichern Hä? Hä? Dufer Bon Denk an die richtigen Rüber da! Ah! Ach verdammt! Hat er versucht! Mhm Klicklich versagt! Was hast du? Nein! Niemals! Ja, das war's jetzt für mich! Außer ich bekomme das Ding da vorne! Was ich nicht bekomme! Dann Harakiri ist besser als tot! Wow! Wow! Wo ist der denn angekommen? Da steht ein rei- Ach ne, das ist ein Tunnel! Ach ne, das ist ein Tunnel! Warte! Warte! Ach, leck mich doch! Hahaha! Du bist echt so ein Dieter Jürgen, ey! Harald Jürgenson? Krieg ich den echt nicht mehr, ey! Das gibt's doch nicht! Ein richtiger Der Bruder von Hans Hurensohn? Ja! Der Bruder von Jürgen Hurensohn? Von Jürgen Hurensohn? Ah, ich liebe das! Ah, wenn du mal im Rocket League so viel Spaß hättest! Nee! Irgendwie in letzter Zeit nicht mehr so! Naja, vielleicht in der neuen Season, wenn wir wieder von Null anfangen! Ja! Och, ey! Ernsthaft? Ja, ernsthaft! Dann gewinn jetzt wenig Flies! Nö! Wie nö?! Der Shadow gewinnt! Du bist ganz einfach! Hä? Wie kann der so schnell sein? Hallo? Hallo? Bleibst du mal hier? Nee! Hallo? Bleib hier! Bleib stehen! Nee! Oh, wieso nicht? Ich will weg! Bleib doch mal stehen! Mann! Ich bin pink! Ich muss weg! Schön, dass ich hier gegen 2 spielen muss! Ah, 19.000 nehm ich mit! Naja, 36 nehm ich mit! Bin eh der Ärmste hier! Ach, das stimmt! Hahaha! Oh ja! Die Crew! Crew-Jubel! So, dann bitte einmal freier Modus! Ja, dann gehen wir in freien Modus und dann machen wir in der nächsten Runde quasi äh... Freide! Ja, in der nächsten Aufnahme-Session und vielleicht hole ich mir irgendwas zu schnappern! Ich hab nämlich so ein bisschen Hunger so... Ich hab ein paar Rosinen, wenn du willst! Nee, danke! Okay! Bin ich so der Rosinen-Freund! Okay! Gut, Freunde! Dann bis zum nächsten Mal! Tschüssi! Dann wieder gesehen! Bye! Have a great time!